Von Köflach kommend, gleich nach der Ortshainfahrt, Marie Lankowicz, befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Ja und da sind wir jetzt in unserer Schatzkammer, das ist der Schimmerlagerraum, da gedeihen die Schätze, die was zwischen zwei und bis zu sechs Monate drinnen hängen, so wie unser Sonnhof Prosciutto von den glücklichen Schweinen vom Sonnhof, der was sechs Monate drinnen reift, luftgetrocknet, bis er dann eine ganz super Spezialität geworden ist. Aber auch bis zum Speck, Bauchspeck, Schinkenspeck, die ganzen Rohwürste, auch Dauerwürste. Das ist, glaube ich, einzigartig für so einen kleinen Handwerksbetrieb, wie wir sind, ein Familienbetrieb, dass der noch von der Extrawurst über die ganze Brühwurstpalette bis hin zur geschimmelten Salami, bis hin zum Prosciutto, der was sechs Monate am Knochen greift, dass jemand diese ganze Palette in einem Betrieb abdeckt und das mit einer Handwerksqualität. Vor allem die Kundschaft hat die Gewissheit, ein steirisches Qualitätsprodukt, wo wirklich nur steirisches, wenn es geht, sogar weststeirisches von unseren Almen, von den Stubalmoxen bis vom Sonnhof, der was in Stivolis, von den Schweinen, das zu verarbeiten und das mit Liebe zu verarbeiten, ohne Geschmacksverstärkert auf das, was wir schon seit fünf oder sechs Jahren verzichten. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie zum Beispiel Kaffee, Reis, Schokolade und so weiter, stammt aus fairen Handel. Gewürze, Tees vom Sonnentor, Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straten. Vergewissen Sie sich selbst von der Rundqualität der Genutzfleischerei Kranzlbinter in Maria Lankowitz. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!